Dann gehen wir los. Mal gucken, ob er das schärft. Ist das 300? Ne, ein bisschen rechts. Ein bisschen rechts von 200. Auch ein bisschen rechts, ein bisschen mit dem Handgelenk. Ne, 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 jetzt geht er los. Ja? Okay, das ist eine, wir können es hier kommen. Aber wir haben auch ein paar Golfplätze mit Stringstellung.